Ich bin die Greta, Krankenpflegerin auf der Isolierstation in Trixen und bei meiner Arbeit sehe ich jeden Tag, was Covid-19 mit den Patienten anrichten kann und die Impfung ist jetzt so die einzigste Chance, was wir nutzen sollen und können, um eben wieder in Richtung Freiheit und Normalität zurückzukommen. Impfung schützt, Impfung schützt, für dich, für mich, für uns.